Wie gesagt, ich bin da überlegen Twitch zu lieben. Ich bin mir nicht sicher, Digga, eigentlich. Ich würde sozusagen, das Ding ist, wenn ich die Plattform wechsel, dann schmeiß ich sozusagen meinen Twitch-Kanal einfach so weg. Und das fuckt mich halt ab. Aber es würde sich halt lohnen für mich, aber trotzdem würde es halt wehtun, meinen Kanal einfach so wegzuwerfen. Nein, ich gehe nicht auf Kick. Also, no joke, wenn Kick mir 10 Mio gibt oder so, oder 5, Junge, dann würde ich mir halt überlegen, auch wenn es über das Scheißgeld ist. Ja, nein, natürlich nicht. Nee, ganz ehrlich, Digga, bei 5 Millionen, Junge, da würde ich mir wirklich überlegen. Aber guck mal, Twitch-Geld ist auch nicht so heller, wie ihr denkt. Aber guck mal, Bitte.